Eine kleine Reflexionsanleitung zu Gemeinwohlorientierung bei generativer KI. Im letzten Jahr konnten wir alle beobachten, was es bedeutet, wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, die alles Mögliche durcheinander wirft. Viele Personen, aber auch Institutionen sind relativ schnell auf den Zug aufgesprungen, haben versucht zu reagieren auf die neue Technologie, haben Handreichungen entwickelt, Kurse dazu entwickelt. Auf dieser strukturellen Ebene, also der Ebene von EntscheidungsträgerInnen im Bildungssystem, ist es wichtig, dass wir hinterfragen, dass wir verstehen, wie die Systeme funktionieren, dass wir auch verstehen, wer sie zu welchem Zweck geschaffen hat. Sie einfach, unhinterfragt in unserem Bildungssystem einzusetzen, hat einige Typen, denn wir wissen nicht genau, welche Konsequenzen sich daraus möglicherweise ergeben. Zum einen ist es wichtig, genau diese Fragen auch zu adressieren und einen gemeinsamen Austauschprozess zu gehen, einen demokratischen Austauschprozess darüber, welche Produkte wir in unsere formale, aber auch informelle Bildung integrieren möchten. Darüber hinaus kann der Einsatz von offenen Anwendungen und in diesem Falle offenen KI-Anwendungen eine Möglichkeit sein, wieder unabhängiger zu werden. Wenn ich von offenen KIs spreche, dann meine ich nicht nur KI-Anwendungen, die Open Source sind, also einen offenen Datensatz haben oder offenen Quellcode, sondern es geht mir dabei auch um den Entwicklungsprozess, der offen sein sollte und auch die zukünftige Weiterentwicklung, also die Nutzung in der Zukunft. Einen guten Referenzrahmen bieten die acht Anforderungen der Gemeinwohlorientierung, die bei Wikimedia Deutschland entwickelt wurden. Im Folgenden möchte ich diese in Kürze vorstellen und im Anschluss gibt es einige Reflexionsfragen als praktische Übung. Das erste Anforderung oder auch Indikatorenbündel beschäftigt sich mit dem Entwicklungs- und Entstehungsprozess des Produkts, in diesem Falle der KI-Anwendung. Und da geht es zum einen darum, inwiefern der Prozess transparent war, also ob Personen Außenstehende nachvollziehen können, warum bestimmte Entscheidungen getroffen wurden, wie sie getroffen wurden. Der zweite Punkt bezieht sich auf das Thema Beteiligung, also welche Personengruppen, Nutzendengruppen, ExpertInnen und so weiter wurden in den Entwicklungsprozess mit einbezogen, konnten Feedback geben und ihre Inhalte in das Produkt mit einfließen lassen. Das zweite Indikatorenbündel beschäftigt sich dann mit dem Ergebnis selbst, also in diesem Falle mit dem Produkt mit der KI-Anwendung. Und hier geht es darum, ob das Produkt allgemein Schäden verhindern kann. Dazu zählt beispielsweise, wie viele ökologische Ressourcen verbraucht das Produkt, inwiefern können alle möglichen verschiedenen Menschen Zugang zu dem Produkt haben, kann das Produkt Ungleichheiten verringern, ist das Produkt offen zugänglich und schützt das Produkt unsere Grundrechte. Im dritten Indikatorenbündel geht es um die Zukunft des Produkts, also inwiefern das Produkt darauf ausgelegt ist, dass Anpassungen dynamisch vorgenommen werden können. Ich hoffe, das Ganze gibt euch noch mal neue Impulse und auch etwas an die Hand, um auch in Zukunft das Thema Gemeinwohlorientierung bei generativer KI im Hinterkopf zu behalten.